Herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Allertagsseminator 3 zu Mittlerweile 33. Folge Hartmarkt Dortmund Dortmund Ich fahre Nehmen wir mal an Ich muss mal aufpassen Ich habe selber gesehen in der letzten Folge dass ich etwas kaufen konnte wo wir dann eher einen Minus rein gebracht haben Schnell Ich fängt an zu schlafen Ich fahre Und dann Schauf ich schon Ich fahre Um Ich fahre 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 los und ich sollte noch mehr mit dieser Map man kann auch selber seine Map erstellen ansonsten würde man die Ausfall nicht lassen und von Moine um 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 Wenn ich wieder umverwarn, wenn ich wieder umdrehen, und wenn ich wieder umdrehen will, wo ich hier drauf bin, ich kann keinen Konfen im Wegeschehen. Ah, Mann, vor, 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 vor. wir waren sie doch ich hab doch die ersten folge hier aufgenommen haben obwohl ich allerdings hatte habe ich doch meine englieder ausbauten besitzt habe ich habe die auch nur ausgebaut weil aber wenn ich mir die andere auch ausbauen kann wird das gleiche gilt dann habe ich zum einen kann ich mit treffer einstellen und habe bin größer dann bin ich von kann ich selber von bloß noch treffer dann ist es so zwei weil ich kein geld mehr auf den den einzustellen jetzt fangen wir auf die posten deswegen habe ich auf einen verkauf müssen verkauft dass ich Geld habe ich wieder aus würde so aufgehen aber so habe ich jetzt platz frei für den lkw so wissen wir sie schon so also die niedersteine b auch dortmund und so ich werde nur kleinigkeiten beenden lassen Das habe ich überhaupt gelernt, Erz, das ist Erz, ich glaube, ich schreibe nur Erz hin, aber weil es nicht nur ein Erzbruch ist, sondern es sind ja Erzbruchten und da wird er hierzu prog hierzu In alle Fällen zum Landwirtschaftsstaftsimulator, die wohl vielleicht mal auch andere Videos von Landwirtschaftsstaftsimulator. Es wird kein Landwirtschaftsstaftsimulator mehr geben. Vorerst. Das wollen wir nicht überhaupt nicht mehr. Überhaupt beim Rennen nicht mehr rein. Also beim Rennen kein Platz mehr. Vielleicht für Minecraft mal eine Folge. Aber für Landwirtschaftsstaftsimulator keine Entdeckung. Ich bin nicht rein. Tut mir leid, aber es ist so. Aber was danach weiter geschieht, ist es glücklich? Aber meine Güte. Also Sonntag, Sonntag. Voraussichtlich, ich weiß nicht, geplant habe. Ich kann auch gar nicht mehr sagen. Dabei ist das Video schon drossen. Vielleicht oder auch erst morgen. So 10 Folgen. Dass ich nächste Woche. Jetzt sind nur eine Woche vor meinen Nächten. Eben HDRG. Und ein paar Folgen mache. Sind 7 Tage. Wenn ich früher schon mehr Folgen habe. Ich weiß nicht mehr. Bei 60 Folgen. Mehr als 50. Wollte ich nicht fehlen. Weil ich sage 40. Wird eine schöne Zahl. Weil die, wo man auch eben sein Leben hier groß feiert. Und das hinter 50. Ich habe schon 500 Videoaufrufe gehabt. Also. Ich danke allen dafür. Die, wo mit Autotrips und Ladevideos. Zur Zeitreise schauen. Für die Aufrufe zahlen. Okay. Ich schaue schon einmal selber. Ob das Video so passt. Wie es zu dem steht. Weil. Es gibt ja immer wieder Probleme. Dass es vielleicht nicht. Drin ist. Oder. Der Hochladung. Oder was. Oder ich das Falsche verklärt habe. Dass ich es eben halt noch retten kann. Oder sperren kann. Oder so. Manui. Aber nicht wenn man sich das vergastet. Aber wenn man sich das gefällt. Oder so. Und schlafen müssen wir dann schon die. Dann wissen wir die Zeit gut von. Da ist mir der Zeit gut von. Jetzt müssen wir auf alle Fälle. Also dabei werden. also dabei werden. Ja. So. Ich bin jetzt auf alle Fälle. Zwischenschlaft kann man nicht einlegen Kann man wovon wieviel wie lang es dauert ein bisschen drüber kann man immer gehen wenn man schraubt aber nie zu stark Das ist also verschwindet die Schnellfauropon Was ich so aus den Medien immer rausführe als das O-BW in Deutschland geschlossen werden soll da wo die Produktion des Auslaufs geschlossen werden soll aber in billigen Ländern produzieren die die und dann damit ihre eigenuhr zu verhängen werden und damit ihre eigenuhr zu verhängen wird heilig schreie 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 Ja, das ist gut. Man kann es nicht nur noch kreieren, wenn man es nicht mehr kreieren kann. Es ist mega gut. Nein, nein, nein. So, 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 so. Na, wir knaufen, das hier. Man muss das Geld einbringen, aber sonst bin ich pleite und das möchte ich zwar nicht riskieren. Ich bin so eine Visum mit Geld verdienen, ich bin zurzeit der Hauptgeldverdiener. Das macht keine Ahnung, das wird mir nicht so zurückklingen. Geht mir das mal hin, da muss ich auf kurz noch sichtigen. also ich weiß wo ich hin muss also ich weiß wo ich hin muss daher werden wir dazu bringen dass ich so no 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 way dann noch nicht erst bei der nächsten rausfohlen dann rausfohlen ja noch wie ich lesen muss man können aber natürlich nicht aber wieso ja sagt bloß der hat sich wieder aufgehängt denn ja dann bringe ich nur dazu um so wie es ausschaut hat er sich aufgehängt oder es noch nicht mal anzeigt hat er sich aufgehängt oder er lädt gerade ja auf dem gaspedal runter aber nicht von der linken ok er zeigt es mir wieder an er hat sich nur aufgehängt und so ne ich dachte schon die 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 nach schlafen zu und verschlafen und so Das freut mich so gut, dass du mir Geld einbindigst, auch wenn es aber noch nicht viel ist. Oder wenn es das Geld was ist, dann brauchen wir... Plus minus Null bei dir, ne? Ich muss den Geld noch dazu... ...zixst du hin? Ich bin erstmal ein Baby, das ist zum frischen... ...und es durch die Karte wird, aber ich habe mir alles gut bekommen... ...dass ich nicht mehr über die Karte führe es, dass ich mich dann neu vertreten würde! dann bei kreuzungen und so dann fährt ich immer autobahnfahrt von der autobahnfahrt runter und drauf was immer das komplett markieren also ich bin... aber es ist so ein kinder Sorry wie das ist denn ich bin jetzt nimmt die gute include von ab Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home-Home mehr Ich bin heute hier schon reingefahren, weil... Aber auf mich halten, halt mir da... Weil du kommst ja auch nicht... Du kommst ja auch nicht... Hier hin... Also dorthin und dorthin... Du kommst ja auch nicht hier hin, weil du was auch nicht über den Filmdienst hab... Ich spiel ohne Mods... Weil... Hier sind wir mit dem Nachschuss immer dort, wo du wirklich LKWs und Ding und so... Ich hab's schon, wenn ich abschneiden kann... Ich hab's schon... Ich hab's schon... Ich hab's schon... ...erfahrungen... ...erfahrungsbonus... ...level drei... Geil... Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.